Ich würde gern wissen, was hier gesehen ist. Bei diesen ganzen Fatten kann man viel zu wenig erkennen. Geh doch wieder ran. So? Ich... ich höre irgendwas. Ein Huhn! Aber das ist unmöglich! Er braucht auf! Beeilung schafft doch mehr UV-Lapt mehr! Befehl! Stop! Oh nein! Er bedeckt die ganzen UV-Lampen mit Blut und Eingeweiden! Wir haben keine Chance! Die Welt hat sich während meines langen Schlafes sehr verändert. Vorher wurde ich nicht mit armseligen Lichtmaschinen behelligt. Er... er hat gesprochen! Glaubt ihr Insekten, ihr könnt mich, Wamu, mit diesem künstlichen Licht aufhalten? Ja! Meine Hesse! Sie sind alle verschwolzen! Warum?! Nun ist es soweit. So erwacht meine Gebieter.